Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dividenden TV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David Lack und es freue mich euch heute zu einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Ja, wie jeden Monat stelle ich euch auch im April meine Top 3 Aktien für einen Kauf vor und da sind wieder sehr, sehr spannende Aktien mit dabei. Zum einen ein Dividendenkönig, den sicherlich jeder von euch kennen wird und für mich auch ein absolutes Must-Have für jedes Dividendenportfolio. Ja, dann ein etwas unbekannteres Unternehmen, das vielleicht nicht jeder am Schirm hat und dann noch ein Unternehmen aus dem Finanzbereich, also genauer gesagt aus dem Bankenbereich, in dem es ja aktuell ein bisschen griselt und ja, ich denke dennoch, es gibt auch Banken, wo es sich definitiv lohnen kann, aktuell einzusteigen. Deswegen heute im Video mit dabei und wie immer gibt es aber auf meinem YouTube-Kanal weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf. Beginnen wir mit dem angesprochenen Dividenden-Aristokraten und zwar handelt es sich um das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen Johnson & Johnson, ja, eines der solidesten Unternehmen der Welt aus meiner Sicht und ein absoluter Sicherheitsanker, gerade in turbulenten Zeiten an der Börse. Und für mich ist das einfach eine Aktie, die habe ich mir schon vor vielen Jahren ins Portfolio gelegt. Da lasse ich sie einfach liegen, kaufe gelegentlich nach und erfreue mich der schönen Dividenden und dann nach einigen Jahren auch der schönen Kursgewinne. Davon gehe ich auf jeden Fall aus, dass das langfristig nach oben gehen wird. Hier sehen wir in der Grafik vom Aktienfinder, wie schön sich die Dividenden seit dem Jahr 1999 erhöht haben. Seit über 60 Jahren gibt es hier eben Jahr für Jahr mehr Dividende. Der Gewinn steigt auch ordentlich an, das ist hier in grün eingezeichnet und in gelb der operative Cashflow. Also genau so soll das aussehen. Und kommen wir zum Geschäftsmodell. Johnson & Johnson ist in drei Bereichen tätig. Zum einen im Pharma-Bereich, dieser Bereich macht 55% vom Umsatz aus, Medizintechnik 29% und der Consumer-Bereich 16%. Man muss aber dazu sagen, dass der Consumer-Bereich abgespaltet wird und somit wird sich Johnson & Johnson dann auf die zwei stärksten Bereiche, nämlich Pharma und Medizintechnik konzentrieren. Ich finde auch diesen Schritt eigentlich sehr sinnvoll. Ja, wie sieht es jetzt mit dem Umsatz nach Regionen aus? 51% machen die Vereinigten Staaten aus, 25% Europa, Asia Pacific and Africa 18% und 6% bleiben dann noch für Western-Hemisphere-Exklusive der USA und somit auch, was die regionale Verteilung betrifft, sehr breit diversifiziert. Kommen wir zu den Daten. Der Aktienkurs steht aktuell bei 152,65 US-Dollar. Marktkapitalisierung über 400 Milliarden US-Dollar, also eines der größten Unternehmen der Welt. 150.000 Mitarbeiter arbeiten bei Johnson & Johnson und es wird ein Umsatz von knapp 100 Milliarden US-Dollar erzielt. Ja, sehen wir uns den Aktienkurs an. Der war nicht sonderlich spektakulär auf die letzten fünf Jahre, aber was vor allem auffällt, dass es eben in letzter Zeit doch deutlich nach unten ging und aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall eine Chance, vielleicht hier mal einen ersten Fuß hineinzusetzen, wenn man noch nicht investiert ist oder vielleicht auch mal wieder nachzukaufen. 20% immerhin trotzdem noch Kursgewinn auf die letzten fünf Jahre. Ja, kommen wir zum Thema Burggraben. Der Begriff Burggraben wurde ja immer von Warren Buffett geprägt und beschreibt einfach, wie gut ein Unternehmen vor der Konkurrenz geschützt ist. Und bei Johnson & Johnson muss man sagen, es ist auf jeden Fall eine der stärksten und bekanntesten Marken im Gesundheitsbereich. Noch dazu kommt, dass Johnson & Johnson eines der ganz wenigen Unternehmen ist, das sogar ein AAA-Rating hat und ein sehr breit diversifiziertes Portfolio. Somit denke ich, Johnson & Johnson ist aus diesem Markt nicht wirklich wegzudenken, wobei aber schon vor allem im Pharma-Bereich sehr, sehr starke Konkurrenz ist und da gibt es kein Unternehmen, das wirklich ein klarer Marktführer ist, sondern es gibt einige Unternehmen, die ungefähr den gleichen Marktanteil haben. Also das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Kommen wir jetzt zu den Zahlen. Diese Angaben beziehen sich immer auf das jährliche Wachstum und somit ist das schon ganz ordentlich. Nicht mehr dieses rasante Wachstum, aber es ist ja auch ein Unternehmen, das schon seit vielen Jahrzehnten eben an der Börse ist und somit ist das schon noch ganz in Ordnung. Außerdem gibt es aktuell eine Dividendenrendite von knapp 3%. Das ist auch sehr ordentlich, vor allem auch bei der Kontinuität seit 61 Jahren eben Jahr für Jahr höhere Dividende und wenn man da schon lange mit dabei ist, dann hat man sicherlich schon seine Freude mit der Aktie. Die Ausschüttungsquote liegt bei 44,5% vom Gewinn und das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre liegt bei 6,04%. Das ist in Anbetracht der aktuell schon relativ hohen Dividendenrendite von 3%, finde ich die 6% Dividendenwachstum auf jeden Fall in Ordnung. Ja, sehen wir uns die Bilanz angeschätzt für das Jahr 2023. Nettoverschuldung 21,96 Milliarden US-Dollar, EBITDA bei 33,97 Milliarden und ein EBIT von 31,09 Milliarden US-Dollar, Nettomarsche bei über 23%, somit Nettoverschuldung zu EBITDA minus 0,65, geschätzt eben für das nächste Geschäftsjahr und somit wirklich absolut solide Bilanz. Das ist vielleicht das solideste Unternehmen, das es überhaupt am Aktienmarkt gibt. Kommen wir zur Bewertung. Nach Peter Lynch ist Johnson & Johnson ein Average Grower, KGV liegt bei 22,7% und der Kurs bei 152. Wie schon erwähnt, ist der Aktienkurs in letzter Zeit doch etwas zurückgekommen und wir sehen hier den fairen Wert Dividende in blau eingezeichnet. Ich denke bei Johnson & Johnson ist das eine ganz gute Möglichkeit, die Aktie zu bewerten und somit sehen wir, wir sind deutlich unter Fair Value Dividende und deswegen auch meiner Meinung nach absolut faire Bewertung aktuell. Kommen wir zu den Dividenden TV Investment Kriterien. Ein Burggraben ist auf jeden Fall gegeben, langfristig steigender Gewinn und Umsatz können wir auch einen Punkt vergeben. Dividendenpolitik, ja die Rendite ist ordentlich, Kontinuität ist sehr, sehr ordentlich, Ausschüttungsquote in einem guten Rahmen, das Wachstum auch, starke Bilanz und faire Bewertung können wir auch einen Punkt vergeben. Somit komme ich zum Fazit, dass ich persönlich Johnson & Johnson für kaufenswert halte und vielleicht kaufe ich da auch selbst nochmal nach in nächster Zeit. Kommen wir als nächstes zum Unternehmen Tractor Supply. Hat vielleicht nicht jeder am Schirm, aber es ist auf jeden Fall eine Erfolgsstory an der Börse und wenn wir uns hier die Grafik vom Aktienfinder ansehen, dann wundert einen das auch nicht, denn der Gewinn ist wirklich sehr, sehr rasant angestiegen in den letzten Jahren. Genauso aber auch die Dividende und auch der operative Cashflow, also das sieht alles wirklich sehr, sehr gut aus. Tractor Supply ist eine große Einzelhandelskette, die sich eben vor allem mit dem ländlichen Bedarf beschäftigt. Also da geht es um Tiere, da geht es um landwirtschaftliche Produkte, ja alles außer Traktoren könnte man sagen. Und wir sehen hier in der Grafik, wie groß auch dieses Unternehmen wirklich ist. Über 2000 Tractor Supply Stores und dann noch 178 Patent Stores. Distribution Center gibt es auch noch 8, mittlerweile sind vielleicht auch schon wieder ein paar dazugekommen, aber man sieht, das Unternehmen ist in den ganzen Vereinigten Staaten tätig, ist aber auch nur dort tätig, muss man auch dazu sagen. Und wie verteilt sich jetzt auch der Umsatz auf die Segmente? Livestock & Pet 50% des Umsatzes, Seasonal Gift & Toy 21%, Hardware Tools & Truck 19%, Glothing & Foodware 7% und Agriculture noch mit 3%. Ja, wie schon angesprochen, was die regionale Verteilung betrifft, ist Tractor Supply ausschließlich in den USA tätig, aber wie ihr schon gesehen habt, in den USA sind sie eigentlich so ziemlich in jedem Bundesstaat und somit auch, ja, doch ein großes Unternehmen, auch wenn sie eben nur in den Vereinigten Staaten tätig sind. Ja, kommen wir zu den Daten. Der Aktienkurs liegt bei 227,21 US-Dollar, Marktkapitalisierung bei 25,32 Milliarden US-Dollar, Mitarbeiteranzahl liegt bei 36.500 circa und ein Umsatz von 14,2 Milliarden US-Dollar wird erzielt. Ja, sehen wir uns jetzt den Aktienkurs an und da seht ihr schon, das ist wirklich eine absolute Erfolgsstory. 282,3% Kursgewinn in den letzten 5 Jahren. Da gibt es nicht viele Aktien, die wirklich so toll performt haben in diesen schwierigen Zeiten. Somit, ja, Tractor Supply wirklich einen Blick wert. Und jetzt sehen wir uns das Thema Burggraben an. Als eine der größten US-Einzelhandelsketten für den ländlichen Bedarf hat Tractor Supply einen Burggraben, aber eben auch starke Konkurrenz, auch zum Beispiel Baumärkte können ja auch zum Teil Konkurrenten sein und somit würde ich diesen Burggraben mal eher als mittelmäßig beschreiben. Ja, kommen wir zu den Zahlen. Die sehen schon wirklich sehr, sehr gut aus. Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre 15,09%, Umsatzwachstum auf die letzten 10 Jahre 11,67%, Gewinnwachstum auf die letzten 5 Jahre 21,53% und Gewinnwachstum auf die letzten 10 Jahre 16,91%. Ja, die Zahlen, die sind schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und das bei einem so eigentlich langweiligen Geschäftsmodell könnte man sagen. Dividendenpolitik, Dividendenrendite aktuell bei 1,67%, Kontinuität seit 12 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht, 39% vom Gewinn werden aber nur ausgeschüttet und das Dividendenwachstum lag bei 31,8% auf die letzten 5 Jahre, also da gab es wirklich sehr, sehr starke Dividendenerhöhungen. Kommen wir zur Bilanz, die Nettoverschuldung liegt bei 0,99 Milliarden US-Dollar, EBITDA bei 1,78 Milliarden US-Dollar, das EBIT bei 1,44 Milliarden und die Nettomarge bei über 7%, Nettoverschuldung zur EBITDA somit bei 0,56. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Bewertung. Nach Peter Lynch wäre auch Tractor Supply ein Average Grower, aber eher schon auch an der Grenze zum Fast Grower. KGV 23,4, Kurs 227,21 und die Dividendenrendite, wie wir hier sehen, ist deutlich höher als in der Vergangenheit. Ich denke, insgesamt ist das Unternehmen relativ fair bewertet, obwohl es so gut performt hat in den letzten 5 Jahren und ich denke, auch auf jeden Fall darüber nach, hier vielleicht mal eine erste Position aufzubauen. Kommen wir zu den Dividenden TV Investmentkriterien. Ein Burggraben ist ja so halb gegeben, wie wir besprochen haben. Langfristig steigender Gewinn und Umsatz kann ich einen Punkt vergeben. Bei der Dividende gibt es auch die vollen Punkte. Starke Bilanz und faire Bewertung sind auch in Ordnung. Somit komme ich auch hier zum Pfade, dass ich persönlich Tractor Supply auch für kaufenswert halte. Nun kommen wir auch schon zum dritten und letzten Unternehmen und zwar handelt es sich um JP Morgan. Aus meiner Sicht eine der solidesten Banken der Welt, die größte börsennotierte Bank auch der USA und wir sehen auch hier in der Grafik vom Aktienfinder, der Gewinn, der hat sich sehr, sehr ordentlich entwickelt. Das sieht wirklich sehr solide aus, auch bei der Dividende und ich denke, vielleicht kann man bei JP Morgan so ein bisschen von der allgemeinen Unsicherheit im Bankensektor profitieren. Ich persönlich denke eben, dass JP Morgan sehr gut aufgestellt ist für eine mögliche Krise und sicherlich eine der stabilsten Banken sein wird. Ja, schauen wir mal weiter zum Geschäftsmodell. Wie sieht es mit dem Umsatz nach Segmenten aus? Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich JP Morgan selbst auch im Depot habe, weil das Unternehmen einfach breit diversifiziert ist. Die machen nicht nur das klassische Bankengeschäft, sondern auch Investmentbanking und verschiedene Bereiche. Somit aus meiner Sicht die breit diversifizierteste Bank auch. Wir sehen hier Consumer and Community Banking 42%, Corporate and Investment Banking 36%, Asset and Wealth Management 13% und Commercial Banking 9%. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also nicht eine reine Investmentbank zum Beispiel wie Goldman Sachs, sondern einfach, ja da hat man alles eigentlich abgedeckt mit JP Morgan und ich denke schon, dass auf jeden Fall der Finanzbereich auch ins Portfolio gehört. Wenn es dann bei euch vielleicht keine Bank sein soll, dann gibt es ja auch noch zum Beispiel Versicherungen oder Vermögensverwalter und so weiter. Aber den Finanzbereich, den sollte man auf jeden Fall im Depot dabei haben. Ja, wie verteilt sich jetzt der Umsatz auf die Regionen? 75% der Umsätze werden in Nordamerika erzielt, 15% in Europe, Middle East and Africa, 8% in Asia-Pazifik und Latin America and Caribbean noch mit 2%. Als nächstes kommen wir zu den Daten. Der Aktienkurs liegt bei 124,91 US-Dollar, Marktkapitalisierung 372 Milliarden US-Dollar, also auch ein riesiges Unternehmen, Mitarbeiteranzahl knapp 300.000 und ein Umsatz von 128,7 Milliarden US-Dollar wird erzielt. Ja, wie sieht der Aktienkurs aus? Da geht es einmal hoch, einmal runter. Ich bin selbst schon eben seit vielen Jahren investiert. Insgesamt aber auch bei mir der Aktienkurs ungefähr da, wo er auch damals stand. Also ja, am Kurs hat sich nicht viel getan, es gab dafür immer ganz ordentliche Dividenden und 17,3% waren es jetzt eben auf die letzten 5 Jahre. Da kommen wir zum Thema Burggraben. Als größte US-Bank mit starker Marke genießt JP Morgan auf jeden Fall ein großes Vertrauen der Kunden und durch das diversifizierte Geschäftsmodell ist definitiv ein Burggraben gegeben und gerade dieses angesprochene Vertrauen der Kunden ist ja sehr, sehr wichtig, wie wir in der aktuellen Krise sehen und deswegen denke ich, dass die größten Banken auch auf jeden Fall bestehen werden in dieser Krise. Ja, kommen wir zu den Zahlen langfristiger Entwicklung von Gewinn und Umsatz. Ja, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber immerhin gibt es ein Wachstum. Auf die letzten 5 Jahre waren das beim Umsatz 4,4%, auf die letzten 10 Jahre 3,07%. Beim Gewinn sieht es noch etwas besser aus, auf die letzten 5 Jahre 7,26% und auf die letzten 10 Jahre 8,55%. Ja, die Dividende, die sieht dafür sehr erfreulich aus, aktuell 3,2% Dividendenrendite. Seit 12 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht und die Ausschüttungsquote liegt aber nur bei 33% vom Gewinn. Dividendenwachstum 12,1% auf die letzten 5 Jahre, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, kommen wir zur Bewertung. Auch JP Morgan würde ich als Average Crore einstufen nach Peter Lynch. KGV 10,3% aktuell und ein Kurs von 124,91 US-Dollar. Wir sehen auch hier, der Aktienkurs deutlich unter dem fairen Wert Dividende und wirkt auch allgemein sehr fair bewertet JP Morgan. Und somit fühle ich mich auch mit meiner Position immer noch sehr, sehr wohl. Ja, kommen wir zu den Dividenden-TV-Investmentkriterien. Ein Burggraben ist auf jeden Fall gegeben. Langfristig steigender Gewinn und Umsatz können wir auch einen Punkt vergeben. Dividendenpolitik gefällt mir auch sehr, sehr gut. Starke Bilanz können wir auch einen Punkt vergeben und auch bei der fairen Bewertung. Und jetzt kommen wir zum Fazit und ich möchte es nochmal betonen. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich halte JP Morgan für kaufenswertig. Ich bin selbst auch investiert, aber macht euch selbst Gedanken, ob ihr überhaupt in diesem Bereich investieren möchtet. Das war es jetzt auch mit meinen Top 3 Aktien für den Kauf im April 2023. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und macht's gut.